Eine Sonnenfinsternis zum Tanz in den Mai, der expansive Jupiter im Kampfzeichen Widder, eine totale Mondfinsternis zur Monatsmitte und der rückläufige Merkur erwarten uns im Mai. Das kann ein ziemlich bewegter Monat werden. Mehr zu den Konstellationen und wie sich das für die 12 Sternzeichen im Alltag auswirkt, das erfahrt ihr in diesem Beitrag. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. Und wir sind diesmal im Sternenstudio in Arizona. Die Timecodes, die euch zu eurem Sternzeichen führen, findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes und zwar unter dem Horoskope-Shop. Bitte gegebenenfalls ein bisschen nach unten scrollen. Bevor wir in die bewegten Konstellationen des Monats einsteigen, gibt es erstmal noch Geschenke. Hier ist die glückliche Gewinnerin aus der Verlosung im April, Uschi Gauberts. Vielen Dank, liebe Uschi, für deine lange Treue und deinen liebevollen Kommentar. Bitte melde dich bei uns unter service-at-antonialangstorf.com, damit wir dir dein Horoskop zusenden können. Auch im Mai habe ich wieder eine Aktion. Ihr erhaltet jetzt das schriftliche Geburtshoroskop als PDF mit 30 Prozent Wonnemonatsrabatt. Es ist wichtig, dass ihr das vorliegen habt, damit ihr schauen könnt, wo sich in eurem Horoskop die Bereiche des Widders und des Stiers befinden. Denn in diesen beiden Zeichen spielen sich in den kommenden Wochen und Monaten die entscheidenden Dramen auf der kosmischen Bühne ab. Deswegen informiert euch und besorgt euch euer Geburtshoroskop. Und wenn ihr schon eins habt, ist das sicherlich auch ein schönes Geschenk für einen lieben Menschen. Mehr Infos findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Und der Gutscheincode ist Wonnemonat22. Mit etwas Glück könnt ihr das Geburtshoroskop auch in der Verlosung des Monats gewinnen. Ich verlose eines unter allen, die meinen Kanal abonniert haben. Wie ihr am Gewinnspiel teilnehmt, erfahrt ihr am Ende dieses Beitrags im Serviceteil. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Ich hoffe, ihr hattet im April ein bisschen Spaß und konntet euren Geburtstag feiern. Im Mai werdet ihr groß auftrumpfen, denn Venus, Jupiter und Mars laden euer Zeichen mit viel Energie und Aktionstrang auf. Wisst ihr schon, wo in eurem Geburtshoroskop der Bereich Widder steht, in welchem Haus und welche Planeten ihr dort habt? Dieser ganze Bereich wird nämlich demnächst mächtig energetisiert. Und ihr habt jetzt die Gelegenheit, euch das Geburtshoroskop mit 30 Prozent Rabatt zu holen. Die Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Der Monat wird eingeläutet vom Neumond im Stier am 30. April mit partieller Sonnenfinsternis, genau zum Tanz in den Mai. Und wie es aussieht, wird der wohl mächtig gefeiert werden. Die Konstellationen raten euch, es dabei nicht zu übertreiben, sei es mit Alkohol oder auch im Hinblick auf die Gesundheit. Euer Mars steht etwas anfällig. Ideal wäre eine Veranstaltung an der frischen Luft. Oder ihr begeht das Beltane-Fest mit einem schönen Ritual für die Liebe oder gemeinsam mit dem Herz aller Liebsten. Der Neumond selbst regt finanzielle Themen an. Die könnten euch diesen Monat über beschäftigen. Bei neuen Projekten schaut ihr mehr als sonst darauf, was sie euch finanziell bringen oder wie sie euren Selbstwert stärken können. Dabei unterstützt euch die Venus, die ja auch für Finanzen und Werte steht, denn sie geht am 2. Mai zu euch in den Widder. In den ersten zehn Tagen habt ihr interessante Finanzaspekte, auch für eine gewagte Spekulation oder einen spontanen Kauf. Am besten was Technisches, was ihr auch beruflich nutzen könnt. Vielleicht ein zukunftsträchtiges Elektroauto. Verträge oder wichtige Käufe solltet ihr am besten vor dem 10. Mai tätigen, denn dann wird der Merkur rückläufig und das lähmt ja bekanntlich neue Vorhaben bzw. streut Sand ins Getriebe. Auch beruflich sind die ersten zehn Tage für euch erfolgreich und lukrativ, während es in der zweiten Monatshälfte zu Unterbrechungen kommen kann oder Pläne nochmal angepasst werden müssen. Für die Liebe ist die Venus im eigenen Zeichen immer eine gute Nachricht. Für die Singles unter euch regt sie die Lust zum Flirten an. Ihr möchtet rausgehen, Leute treffen und selbst auf das Objekt der Begierde zugehen. Auch für Liierte sind die Venuskräfte günstig. Wenn ihr euch wünscht, dass in eurer Partnerschaft wieder Leben in die Bude kommt oder dass ihr mal was außergewöhnlich Schönes gemeinsam unternehmt, dann lasst euch was einfallen. Euer Schatz wird sich gerne mitziehen lassen. Es kann auch gut sein, dass ihr in diesem finanzbetonten Monat eine gemeinsame Anschaffung überlegt. Dafür ist die Zeit bis zum 10. Mai am besten. Am 11. Mai geht dann der Jupiter in den Widder und bringt eine Welle von Selbstbewusstsein und Stolz in euer Zeichen. Er bewegt sich bis Oktober innerhalb der ersten Dekade des Widderzeichens. Wenn ihr also im März Geburtstag habt, profitiert ihr besonders davon. Aber auch alle anderen Widdergeborenen und Widderaszendenten werden deutlich diese Steigerung des Selbstwertgefühls spüren und das Bedürfnis haben, sich für etwas einzusetzen und etwas zu bewirken. Es kann sein, dass es ein bisschen dauert, bis diese Energie anläuft, weil sich der Mars noch in den Fischen befindet und Merkur noch rückläufig ist, aber langweilig wird euch garantiert nicht. In euren persönlichen Beziehungen kann es über die Monatsmitte etwas stressig werden, denn die Venus trifft sich dann mit Chiron in eurem Zeichen. Jetzt kommt es darauf an, ob das eine Gelegenheit ist, in einer Beziehung etwas zu heilen oder ob man sich aus Unachtsamkeit oder auch aus Egoismus gegenseitig verletzt. Seid in diesen Tagen achtsam. Fast zeitgleich, nämlich am 16. Mai frühmorgens ist Vollmond mit Mondfinsternis und auch das kann eure Beziehungen erschüttern oder intensivieren, je nachdem wie gut der Zusammenhalt ist. Achtet auch auf eure finanziellen Angelegenheiten. Es könnte sein, dass ihr eine finanzielle Entscheidung trefft, die jemanden aus eurem Freundeskreis vor den Kopf stößt. Vielleicht solltet ihr euch da gut absprechen. Am 21. Mai geht die Sonne in die Zwillinge und wirkt dann für vier Wochen besonders anregend und inspirierend auf euch. Das ist ein guter beruflicher Aspekt für neue Ideen, Meetings und schlaues Marketing. Noch ist der Merkur rückläufig, aber Ideen sammeln oder auch recherchieren und die Hintergründe erforschen, das sollte funktionieren. Am 25. Mai betritt dann auch Mars den Widder und bringt euch für sechs Wochen Energie pur. Das ist eine gute Zeit für Sport und alle Tätigkeiten, die anstrengend sind, denn ihr habt dann Kräfte ohne Ende. Trotzdem ist es wichtig, dass ihr auch für Ausgleich sorgt, zum Beispiel durch Meditieren oder Yoga, denn es besteht die Tendenz, dass ihr die Geduld verliert und laut werdet. Bis zum Monatsende kann es deshalb mit Familienmitgliedern oder Mitbewohnern Stress geben. Mit Mars und Jupiter im Rücken könntet ihr glauben, die Wahrheit gepachtet zu haben. Da kann die 90-Sekunden-Regel helfen. Wenn ihr euch aufregt, 90 Sekunden ruhig durchatmen und innerlich Abstand von der Situation nehmen. Anschließend seht ihr wieder klar. Es lohnt sich wirklich, wenn ihr euch zentriert und einen guten moralischen Standard hochhaltet, denn mit Mars und Jupiter könnt ihr Großes bewirken. Der Monat klingt aus mit dem Neumond am 30. Mai in den Zwillingen, der günstig für euch steht. Er schenkt euch neue Ideen und Kontakte, was ihr beruflich wie privat nutzen könnt. Ab dem 3. Juni ist dann auch der Merkur wieder direktläufig, das heißt, ihr könnt dann wieder durchstarten und mit voller Kraft wichtige neue Projekte beginnen. Das waren eure Tendenzen im Mai und ihr könnt die Texte zu diesem Video auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Mai Geburtstag habt. Es ist viel los in diesem bewegten Monat und deswegen wird es wahrscheinlich auch ein äußerst spannendes neues Lebensjahr für euch. Wünscht euch doch ein schriftliches Geburtshoroskop als PDF zum Geburtstag, falls ihr es noch nicht habt. Oder ihr könnt euch selbst eins gönnen. Das gibt es nämlich jetzt mit 30% Wonnemonat-Rabatt. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der Monat wird eingeläutet von dem Neumond mit der Sonnenfinsternis im Stier am 30. April. Für euch ist das der wichtigste Neumond des ganzen Jahres und da es sich auch noch um eine Finsternis handelt, hat er einen großen Einfluss auf euer Leben. Ganz besonders, wenn ihr zwischen dem 25. April und dem 5. Mai Geburtstag habt, dürftet ihr die Auswirkungen spüren. Große neue Ereignisse kündigen sich an. Entweder ein Jobwechsel, eine neue Beziehung oder ein Umzug oder mehreres davon. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, können sich solche Veränderungen auch noch in den nächsten zwölf Monaten entfalten. Die Neumond-Meditation sollte allein euch und euren Plänen für das kommende Jahr gehören. Vielleicht könnt ihr euch auch Zeit für ein schönes Ritual nehmen. Wenn ihr ausgiebig in den Mai tanzt, seid euch darüber bewusst, dass dieser Tag für euch eine ganz besondere kosmische Aufbruchsenergie hat. Für den Beginn neuer Projekte lasst euch am besten Zeit, denn im Mai selbst gibt es einige kosmische Hindernisse durch die beiden Finsternisse und den rückläufigen Merkur. Was das bedeutet und wie ihr damit umgehen könnt, habe ich am Anfang dieses Videos genau erklärt. Das könnt ihr euch da noch mal anschauen oder in der schriftlichen Fassung des Videos nachlesen. Deswegen gilt im Mai erst mal schauen, was auf euch zukommt, möglichst das Leben genießen und euch auf die Sachen konzentrieren, die bereits laufen und gut funktionieren. Und wenn doch wichtige neue Projekte anstehen, dann versucht sie in die ersten neun Tage des Monats zu legen und lasst euch nicht hetzen und prüft alle Details sorgfältig. Allerdings kann es gut sein, dass ihr beruflich gar nicht zur Ruhe kommt, weil der öffentliche und gesellschaftliche Bereich eures Horoskops mit viel Energie aufgeladen ist. Gerade in der ersten Monatshälfte könnt ihr sehr produktiv sein. Viele Aufgaben gelingen euch mühelos und ihr bekommt auch die nötige Unterstützung. Am 2. Mai geht die Venus in den Widder und damit in euer kosmisches Haus des Rückzugs. Für spirituell arbeitende Stiergeborene ist das sehr schön, denn ihr bekommt reichhaltige Anregungen und Inspirationen aus der geistigen Welt. Und die steigern sich im Laufe des Monats noch, wenn am 11. Mai der Jupiter in den Widder geht. Bis Oktober entfaltet er dort eine Art innerer Führung, die euch hilft, an euch selbst und eure Projekte zu glauben. Wenn ihr mal nicht weiterkommt, erhaltet ihr Hilfe auf ganz geheimen und unerwarteten Wegen. Jupiter ist dann euer mächtiger innerer Schamane. In der Liebe sind die Tendenzen zwiespältig. Ihr habt tolle Konstellationen, um super spannende neue Leute kennenzulernen, aber es kann sein, dass ihr euch nicht gleich verlieben könnt. Das ist aber nicht so schlimm. Es ist sowieso besser, wenn ihr euch ein bisschen Zeit nehmt, jemanden näher kennenzulernen. Vielleicht trefft ihr auch Menschen, die euch beruflich oder spirituell Türen öffnen. Ganz außergewöhnlich sind die ersten zehn Tage des Monats, denn am 5. Mai verbindet sich die Sonne im Stier mit dem hochenergetischen Uranus. Viele von euch, besonders die Geborenen der zweiten Dekade, werden wahrscheinlich den ganzen Monat über bemerken, dass ihre geistige und nervliche Energie sehr hoch pulsiert. Das kann euch nervös machen und wundert euch bitte nicht, wenn ihr nicht schlafen könnt. Andererseits kann euch das extrem inspirieren und euch außergewöhnliche Ideen schenken. Deswegen haltet euer Tagebuch oder Smartphone jederzeit bereit, um Geistesblitze festzuhalten. Da können wichtige und sogar lukrative Ideen dabei sein und eben auch Begegnungen, die euch vom Hocker hauen. Am 10. Mai wird der Merkur in eurem Geldhaus rückläufig, deshalb erledigt am besten wichtige finanzielle Angelegenheiten vorher noch. Der Vollmond am frühen Morgen des 16. Mais im Skorpion ist auch eine Mondfinsternis und aktiviert eure Beziehungsachse. Und diese Konstellation kann gefühlsmäßig eine starke Wirkung noch bis drei Monate danach auf euch ausüben. Achtet deswegen darauf, euch in dieser Zeit rund um den Vollmond mit Menschen zu umgeben, denen ihr vertraut und beschäftigt euch mit Dingen, die euch aufbauen und seelisch nähren. Das gilt natürlich erst recht, wenn ihr in dieser Zeit Geburtstag habt. Am 21. Mai morgens um 3.22 Uhr verlässt die Sonne euer Zeichen und zieht weiter in die Zwillinge. Und am 25. Mai geht auch der Mars in den Widder und gesellt sich dann zu Jupiter. Wundert euch nicht, wenn ihr dann von Feuer und Erzengeln mit flammenden Schwertern oder etwas ähnlichem träumt. Das ist eine enorme geistige Energie, die da in den kommenden sechs Wochen auf euch zukommt. Im Alltag könntet ihr euch dagegen nach unruhigem Schlaf öfter mal schlapp fühlen und solltet deswegen für Pausen und Entspannung sorgen. Am 30. Mai findet der Neumond in den Zwillingen statt und aktiviert den kosmischen Finanz- und Wertebereich eures Sternzeichens. Das legt nahe, dass für euch im kommenden Mondzyklus Themen rund um euer Selbstwertgefühl und darum, wie ihr finanziell aufgestellt seid, wichtig werden. Entsprechend könnt ihr eure Neumond-Meditation ausrichten. Am 3. Juni wird auch der Merkur wieder direktläufig und dann gibt es grünes Licht für alle wichtigen neuen Projekte. Das waren die Tendenzen im Mai und die Texte dieses Videos könnt ihr wie immer im PDF-Dossier mit dem Monatshoroskop nachlesen. Das gibt es für kleines Geld bei mir auf der Homepage zum Download. Alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Mai Geburtstag habt. Der Wonnemonat sorgt für mächtig kosmisches Feuer, aber zur Zwillingesonne stehen viele dieser Konstellationen besonders anregend. Bevor wir einsteigen, habe ich hier noch einen Tipp. Es gibt wieder eine Horoskopaktion, nämlich 30 Prozent auf das Geburtshoroskop, damit ihr euch informieren könnt, wo sich bei euch der wichtige Jupitertransit und mehr abspielen wird. Mehr Infos gibt es hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Einige von euch haben mir hier schon zurückgemeldet, dass sie tatsächlich seit geraumer Zeit unruhig schlafen. Das liegt daran, dass der hochenergetische Uranus durch euer zwölftes Haus der Träume und des Rückzugs läuft und dieser Bereich wird im Mai noch zusätzlich angeregt. Als erstes findet hier der Neumond im Stier am 30. April statt. Das ist zugleich eine partielle Sonnenfinsternis. Für euch ist es ein spiritueller und stark mit geistigen Energien aufgeladener Neumond. Entweder ihr tanzt in den Mai, weil ihr wahrscheinlich sowieso die ganze Nacht senkrecht steht. Oder alternativ könnt ihr ein wildes Ritual anlässlich Beltane des Fruchtbarkeitsfestes der Göttin zelebrieren. Auch die Tage danach sind voller intensiver geistiger Energien für euch. Deswegen legt euer Traumtagebuch bereit und ärgert euch nicht, wenn ihr nicht schlafen könnt. Denkt lieber über wichtige Sachen nach und schreibt sie euch auf, um nach und nach euren Geist zu lehren und zur Ruhe zu kommen. Vom 2. bis 28. Mai läuft die Venus durch den Widder und regt eure Freundschaften und geselligen Aktivitäten an. Für Singles ist das super zum Flirten und traut euch auch ruhig, das Internet-Dating zu nutzen. Wenn ihr fest liiert seid, solltet ihr euch mit eurem Schatz um euren gemeinsamen Freundeskreis kümmern und beispielsweise zu einer Geburtstagsparty einladen. Auch ein gemeinsames gesellschaftliches Engagement würde euch gut tun. Falls ihr ganz neue und wichtige Projekte in der Pipeline habt, solltet ihr überlegen, ob ihr den Beginn vielleicht auf Anfang Juni verschieben könnt. Der ganze Mai ist nämlich nicht so einfach, um etwas Neues zu beginnen. Wenn etwas super Wichtiges ansteht, versucht möglichst den Start noch bis zum 9. Mai hinzubekommen. Am 10. Mai wird nämlich der Merkur bei euch im Zeichen rückläufig bis zum 3. Juni und das kann zu den üblichen Missverständnissen und Planänderungen führen. Weniger betroffen sind Angelegenheiten, die bereits eingespielt sind und gut funktionieren. Das gilt auch beruflich. Eure Produktivität ist recht gut, solange ihr unklare Situationen vermeidet und euch nicht in komplizierte Planungen verstricken lasst. Um die Monatsmitte herum haben wir eine sehr unruhige Phase und da könnten euch unverständliche Entscheidungen aus der Chefetage verwirren. Auch Jobangebote sind dann mit Vorsicht zu genießen. Versucht auf Zeit zu spielen, denn die Aspekte werden besser, je näher der Juni rückt. Sehr günstig für euch ist der Übergang von Jupiter in den Widder am 11. Mai. Jupiter wird dann bis Oktober für gute Unterstützung, Teamarbeit und interessante Online-Gelegenheiten sorgen. Zum Beispiel, falls ihr eine neue Webseite plant. Er zeigt auch wohlwollende und mächtige Freunde und Unterstützer an. Spätestens ab Juni werdet ihr ganz enorm davon profitieren. Der Vollmond am 16. Mai mit der totalen Mondfinsternis fällt auf eure Heilerachse und erinnert euch daran, dass ihr in diesem Monat gesundheitlich möglicherweise etwas angeschlagen seid. Entweder weil ihr so schlecht schlaft oder weil ihr euch doch eine Infektion einfangt. Ihr solltet also auf euch Acht geben, euch nicht zu sehr anstrengen und Ansteckungsgefahren vermeiden. Den Vollmond könnt ihr für ein kraftvolles Heilungsritual nutzen oder auch für eure spirituelle Arbeit. Er entfaltet seine Wirkung noch bis in den August hinein. Möglich auch, dass in diesen Tagen eine Freundin in Schwierigkeiten ist oder erkrankt ist und ihr wollt ihr zur Hilfe eilen. Dabei solltet ihr aber auch auf euch selbst achten. Am 21. Mai morgens um 3 Uhr 22 geht die Sonne dieses Jahr in die Zwillinge und schenkt euch dann vier Wochen Vitalität und Lebensfreude. Dann wenden sich auch langsam die meisten Angelegenheiten, die bisher noch schwierig waren, zum Besseren. Wenn ihr in diesen Tagen Geburtstag habt und einladen wollt, achtet darauf, dass auch alle ihre Einladung bekommen und niemand sich ausgeschlossen fühlt. Denn der rückläufige Merkur kann hier natürlich zu Fehlern und Missverständnissen führen und aufgrund der Mondfinsternis neigen die Leute dazu, sowas dann sehr persönlich zu nehmen. Am 25. Mai geht der Mars in den Widder und trifft sich bis zum Monatsende mit Jupiter. Das dürfte euch einen kräftigen kosmischen Rückenwind bringen, sowohl beruflich als auch sozial. Freunde packen an und aus eurem beruflichen Netzwerk kommen Anfragen und Angebote. Am 28. Mai zieht sich die Venus in den Stier zurück und beflügelt nochmal eure spirituelle Arbeit. In der Liebe kann es dann für drei Wochen etwas ruhiger werden. Am 30. Mai ist der Neumond in den Zwillingen und der ist sehr wichtig für euch. Nehmt euch dann Zeit und denkt über euer Leben und die Pläne für die nächsten zwölf Monate nach. In eurem Neumondritual sollte es um euch selbst und alles, was für euch wichtig ist, gehen. Und eure neuen Projekte solltet ihr ab dem dritten Juni beginnen, wenn der Merkur wieder direktläufig ist. Das waren eure Tendenzen im Mai und ihr könnt die Texte zu diesem Video auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten! Ich hoffe, ihr konntet den April ein wenig genießen und die Frühlingsgefühle auskosten. Jetzt im Mai scheint einige Energie in euer berufliches Fortkommen und eure persönlichen Ziele zu gehen. Bevor wir uns das näher anschauen, habe ich noch einen Tipp für euch. Es gibt jetzt das schriftliche Geburtshoroskop als PDF in einer Frühlingsaktion mit 30 Prozent Rabatt. Die Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Für euch geht es im Mai häufig darum, dass ihr eure eigenen Interessen und Ziele stärker verfolgt. Ein Ziel kann sein, dass ihr interessante neue Leute oder soziale Kreise für euch entdeckt. Das sagt der Neumond vom 30. April, der bei euch ins Freundschaftshaus fällt. Vielleicht tanzt ihr gleich mit einer ganzen Clique in den Mai oder ihr feiert in einem spirituellen Kreis von Gleichgesinnten. Ihr seid nämlich sehr offen dafür, spannende neue Freundschaften zu schließen. Trotzdem hier der Tipp, lasst euch Zeit mit dem Kennenlernen oder dem Beginn neuer Projekte, denn die Tendenzen im Mai sind nicht ganz so einfach, um eine neue Unternehmung zu starten. Oder wenn, dann möglichst noch vor dem 10. Mai und lasst euch ein Hintertürchen offen, falls es nicht so gut klappt. Eure Liebessterne stehen immer noch romantisch, aber das Liebeshighlight aus dem April schwächt sich nun langsam ab. Dafür werden die Ersten von euch die Wirkung von Lilith spüren, vor allem die Junikrebse. Sie steigert euer Charisma und eure Ausstrahlung, gerade weil ihr nun selbstbewusster euer eigenes Ding machen wollt, statt immer nur für andere da zu sein. Gut möglich, dass ihr verschlossener seid als sonst, wodurch mögliche Verehrer oder Verehrerinnen euch umso interessanter finden. Meldet mir gerne hier mal zurück, ob ihr diese Energie von Lilith spürt. Falls ihr einer kreativen oder künstlerischen Tätigkeit nachgeht, seid ihr mehr inspiriert als sonst oder offener für provokante Themen. Beruflich haben wohl die meisten Krebsgeborenen trotz der Feiertage im Mai eine Menge zu tun. Besonders die selbstständigen Krebse oder Krebsaszendenten sind sehr gefordert, sich zu behaupten und ihre Tätigkeit oder ihre Firma nach vorn zu pushen. Dabei bekommt ihr vom 2. bis zum 28. Mai besondere Unterstützung von der Venus. Das ist gut, um euch mit euren Angeboten im besten Licht darzustellen. Auch Social-Media-Aktivitäten bringen euch nach vorn, weil ihr es drauf habt zu erspüren, was eure Follower sich von euch wünschen. Bedenkt bei euren Vorhaben bitte, dass der Merkur am 10. Mai bis zum 3. Juni rückläufig ist und versucht, wichtige Angelegenheiten oder Käufe noch vor dieser Phase abzuwickeln. Wenn das nicht geht, müsst ihr euch eben mehr Zeit nehmen und alle Informationen sorgfältig prüfen, ohne euch unter Druck setzen zu lassen. In den Tagen vom 10. bis 19. Mai müsst ihr mit einem Auf und Ab der Gefühle rechnen. Beruflich kann es sein, dass ihr eine Zurückweisung erlebt, die euch verletzt. Möglich auch, dass Chef oder Chefin erkranken, was die Abläufe belastet und erschwert. Dann seid ihr bedrückt. Doch kurz darauf ergeben sich womöglich blendende Aufstiegschancen oder ein dicker Auftrag kommt herein. Am 11. Mai geht nämlich der mächtige Jupiter in euer kosmisches Karrierehaus und zwar bis Oktober. Das dürfte berufliche Chancen mit sich bringen, die sehr lukrativ sein können, aber auch viel Einsatz und Anstrengung erfordern. Und ihr müsst auch aufpassen, dass ihr Angebote und Aufstiegsmöglichkeiten realistisch einschätzt. Wenn ihr den Freiheitsdrang von Lilith verspürt, könnt ihr jetzt im Mai vielleicht ein Dilemma erleben, weil eine Karrierechance nicht mit euren privaten Gefühlen und Bedürfnissen sich vereinbaren lässt. Gut läuft es, wenn ihr mit einem freien beruflichen Netzwerk zusammenarbeitet. Freunde und Bekannte würden euch unterstützen, wenn ihr sie darum bittet und bei den Festliierten ist auch der Schatz für sie da. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wer zu Hause auf die Kinder aufpasst, damit ihr Extraschichten einlegen könnt. In die heiße Phase vom 10. bis 19. Mai fällt auch der Vollmond im Skorpion mit der Mondfinsternis am 16. Mai. Zum Glück steht er harmonisch zu euch, aber die allgemeine Unruhe und Nervosität in eurem Umfeld kann euch trotzdem zu schaffen machen. Möglich auch, dass Freunde eure Hilfe brauchen. Das kann gelingen, ist aber auch ganz schön anstrengend. Das muss euch klar sein. Am 21. Mai morgens früh geht die Sonne in die Zwillinge und dann lassen die Anspannungen etwas nach. In den kommenden vier Wochen wird euer spirituelles Interesse angeregt und auch euer Bedürfnis, öfter mal Pause zu machen und mehr zu schlafen. Wenn möglich, gebt dem nach. Am 25. Mai geht auch der Mars in den Widder und verstärkt dort die Kraft Jupiters. Die darauf folgenden sechs Wochen können produktiv und erfolgreich werden, allerdings auch anstrengend. Das Allerwichtigste ist, dass ihr hinter dem steht, was ihr beruflich macht oder wofür ihr euch als Lebensziel einsetzt. Dann bündelt ihr diese Kraft am besten. Ein schöner Venus-Aspekt vom 28. Mai bis 22. Juni hilft euch dabei und bildet eine angenehme Unterstützung und ihr könnt bitten und es wird euch gegeben. Der Monat klingt aus mit dem Neumond am 30. Mai und der ist in den Zwillingen und regt eure spirituelle Seite an und inspiriert euch sehr, wenn ihr mit der Kraft der Worte arbeitet. Er eignet sich gut für ein spirituelles Ritual oder, falls noch nicht geschehen, um mit dem regelmäßigen Meditieren zu beginnen. Am 3. Juni wird der Merkur wieder direktläufig und unterstützt eure geistigen Kräfte und eure neuen Vorhaben. Das waren die Tendenzen im Mai und die Texte dieses Beitrags könnt ihr wie immer in dem PDF-Dossier mit dem Monatshoroskop nachlesen. Das gibt es für kleines Geld bei mir auf der Homepage zum Download. Alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten! Der Mai kann ein sehr prickelnder Monat für euch werden, mit viel Power und Chancen auf abenteuerliche Entwicklungen. Das schauen wir uns gleich näher an, aber vorher möchte ich euch noch auf meine Mai-Aktion aufmerksam machen. Es gibt 30% Rabatt auf das schriftliche Geburtshoroskop als PDF. Das ist jetzt die Gelegenheit, euch eins zuzulegen oder zu verschenken. Die Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in eure Sterne und wir beginnen mit dem Neumond vom 30. April im Stier, genau zum Tanz in den Mai. Er ist zugleich auch eine Sonnenfinsternis und wird bei einigen Löwegeborenen wichtige Veränderungen im Leben anregen. Besonders beruflich oder bei euren Karrierezielen ist vieles in Bewegung. Entweder ihr spürt das schon oder es wird sich bald ergeben. Auf jeden Fall lohnt es sich, hellwach zu bleiben und bereit zu sein, falls es wichtige Entscheidungen zu treffen gibt. Neue Entwicklungen können ziemlich überraschend kommen und bedeutende berufliche Fortschritte mit sich bringen. Leider sind die Konstellationen den Mai über nicht ganz so einfach, um neue Projekte mit längerfristigen Aussichten zu beginnen. Die beste Zeit ist vom 1. bis 9. Mai, eine eher kritische Phase ist dagegen vom 10. bis zum 16. Mai. Ich habe im Intro dieses Beitrags genau erklärt, was der astrologische Hintergrund ist. Aber nicht immer lassen sich wichtige Termine verschieben. In dem Fall rät der Kosmos, dass ihr euch besonders sorgfältig vorbereitet und Informationen doppelt prüft und seid darauf gefasst, dass Pläne plötzlich geändert werden. Vom 2. bis zum 28. Mai habt ihr die Venus auf eurer Seite. Das hilft euch bei allen finanziellen Angelegenheiten und Wertefragen. Ab dem 11. Mai bekommt ihr einen ganz besonderen kosmischen Rückenwind durch Jupiter. Der wird dann bis Oktober im Widder super günstig für euch stehen. Und zwar besonders für längerfristige Projekte und zukünftige Entwicklungen, die euch stärken. Außerdem ist es eine gute Konstellation, falls ihr eine größere Reise machen möchtet. Eure Liebessterne stehen im Mai überwiegend günstig und angenehm. Wenn ihr Single seid und vielleicht in den vergangenen Wochen noch nicht so viel los war, sollte sich das jetzt ändern. Ihr seid optimistisch und habt Ideen, wie man auch schwierige Situationen bewältigen kann. Und das wirkt sehr attraktiv auf andere. Die Venus schenkt euch gute Liebesimpulse, besonders wenn ihr auf Reisen seid oder auch, wenn ihr euch weiterbildet und euren Horizont erweitert. Dabei trefft ihr auf interessante Flirts. Bei den Festliierten sieht es ebenfalls gut aus. Offenbar zieht ihr mit eurem Schatz an einem Strang. Feste Partner unterstützen euch auch beruflich und deren Meinung ist euch wichtig. Bei schwierigen beruflichen Entscheidungen solltet ihr auf jeden Fall mit eurem Herz allerliebsten reden. Dabei kommt ihr auf gute Ideen. Ein gutes Einvernehmen sowohl mit laufenden Flirts als auch festen Partnern bedeutet, dass ihr nicht nur von euch selbst erzählt, sondern auch zuhört und Anregungen wichtiger Menschen aufnehmt. Davon profitiert ihr ungemein und das hilft euch auch während der turbulenten Tage rund um die Monatsmitte. Da haben wir nämlich den Vollmond mit der Mondfinsternis am 16. Mai und der bildet aufwühlende Aspekte, die auch eure Beziehungen beeinflussen. Wenn ihr dann vorher eine gute Gesprächskultur aufgebaut habt, haltet ihr während dieser intensiven Konstellationen gut zusammen. Blöd ist es, wenn man sich in diesen Tagen streitet oder wenn ein Partner euch kritisiert, dann seid ihr geneigt, plötzlich auf Distanz zu gehen. Zum Beispiel, indem ihr ins Büro stürmt und lieber arbeitet, als euch Diskussionen im Privatleben auszusetzen. Das kann jedoch nach hinten losgehen. In diesen Tagen ist gegenseitige Rücksichtnahme wichtig, sonst kann der Haussegen hinterher noch für drei Monate schief hängen. Aber schon am 17. Mai gibt es günstige Versöhnungsaspekte für euch. Am 21. Mai frühmorgens geht die Sonne in die Zwillinge und dann lassen die allgemeinen Anspannungen nach. Die Sonne aktiviert dann für die kommenden vier Wochen eure sozialen Aktivitäten. Bestimmt gibt es zahlreiche Freunde aus dem Zeichen Zwillinge, die euch in der Zeit zum Geburtstag einladen. Bis zum Monatsende habt ihr dann viele Möglichkeiten, beschwingt und kraftvoll eurer Arbeit oder persönlichen Projekten nachzugehen. Am 25. Mai gesellt sich auch der Mars zu den Planeten im Widder und ihr bekommt einen mächtigen Powerschub, der bis zu sechs Wochen anhält. Das sind Kräfte, die euer Ego stark pushen. Am meisten habt ihr davon, wenn ihr euch für etwas Wichtiges einsetzt, zum Beispiel für eine anspruchsvolle und sinnstiftende Aufgabe zum Wohle einer größeren Gemeinschaft. Eine andere Möglichkeit wäre, das Abenteuer zu suchen, zum Beispiel auf einer tollen Reise oder euch einer sportlichen Herausforderung zu stellen. Dennoch bleibt auch Berufliches sehr wichtig, zumal am 28. Mai die Venus für drei Wochen euer Karrierehaus besucht. Dadurch könnt ihr euch und eure Vorhaben im besten Licht darstellen. Am 30. Mai ist Neumond in den Zwillingen. Er aktiviert eure Freundschaften und euer berufliches Netzwerk und weil kurz darauf am 3. Juni der Merkur auch wieder direktläufig wird, ist das ein guter Neumond, um neue berufliche Projekte anzuschieben und auch um eure Freundschaften zu pflegen und Spaß in eurem sozialen Umfeld zu haben. Das waren eure Tendenzen im Mai und ihr könnt die Texte zu diesem Beitrag auch noch mal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatsroskop gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Konntet ihr das Liebeshighlight im April genießen? Es bestehen weiterhin viele Flirtchancen und auch eure festen Beziehungen erhalten starke kosmische Energie. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Wir haben eine Wonne-Monat-Rabatt-Aktion, nämlich 30% auf das schriftliche Geburtshoroskop als PDF. Falls ihr es noch nicht habt oder verschenken möchtet, ist das die Gelegenheit. Mehr Infos findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Eure Sterne im Mai zeigen, dass ihr viel mit anderen Menschen beschäftigt seid. Beim Flirten, in euren festen Beziehungen, im Job. Ihr befindet euch im regen Austausch mit eurer Umwelt. Weil ihr ja ohnehin immer für andere da seid, müsst ihr ein bisschen darauf achten, auch Zeit für euch selbst und eure privaten Bedürfnisse zu erübrigen. Aber für eure Erfolgsaussichten ist das insgesamt positiv. Der Neumond am 30. April abends zum Tanz in den Mai dürfte euch anregen, Pläne zu machen und über eure Zukunft nachzudenken. Viele von euch sind inspiriert, innovativ und offen für neue Projekte auf allen Ebenen. Leider ist der Mai selbst nicht der einfachste Monat, um eine ganz neue Unternehmung zu beginnen. Das liegt an den beiden Finsternissen, die wir haben und am rückläufigen Merkur. Ich habe das zu Beginn dieses Beitrags auch nochmal ganz ausführlich erklärt. Wenn ihr etwas starten wollt, ist die beste Zeit bis zum 9. Mai. Danach wird der Merkur rückläufig und zwar in eurem kosmischen Karrierebereich. Es ist gut möglich, dass ihr danach wichtige Abläufe ein bisschen im Stocken habt oder dass euch Informationen fehlen. In dem Fall nehmt euch Zeit, alles sorgfältig zu prüfen und lasst euch nicht unter Druck setzen. Der rückläufige Merkur tut aber dem Strom der Ideen und der Inspirationen, die euren Geist anregen, keinen Abbruch. Schreibt einfach alles auf. Im Juni gibt es gute Gelegenheiten, um wichtige Vorhaben zu beginnen oder umzusetzen. In der zweiten Maihälfte haben viele von euch die Möglichkeit, mit wichtigen und einflussreichen Geschäftspartnern oder auch Kunden ein gutes Einvernehmen zu erzielen und größere Projekte vorzubereiten. Die Liebessterne stehen sehr anregend für euch. Die Venus zieht am 2. Mai weiter in den Widder und belebt eure festen Partnerschaften. Wenn es da Dinge zu klären gibt oder zu heilen, da steht nämlich auch Chiron, dann habt ihr dafür im Mai gute Chancen. Am 11. Mai wechselt der mächtige Jupiter in den Widder und aktiviert den Bereich eurer festen und verbindlichen Beziehungen. Und er steht dann auch bis Oktober günstig für Gelder und Besitztümer, die ihr gemeinsam mit anderen habt oder auch vielleicht etwas anschaffen wollt. Der Mars bleibt noch bis zum 25. Mai in eurem Begegnungshaus und zeigt, dass ihr tendenziell viel im Kontakt mit möglichen Flirts, aber auch mit Geschäftspartnern oder mit interessanten spirituellen Menschen seid. Möglich auch, dass euch euer Gegenüber herausfordert und neckt oder euch in ein Spielchen von Vorstoß und Rückzug verwickelt. Das kann nervig sein, aber wahrscheinlich hat die Person ein echtes Interesse an euch. Solltet ihr allerdings in eine Konfliktsituation geraten, wird sich euer Gegenüber wahrscheinlich passiv und schmollend zurückziehen. Wir haben diesen Monat eine heikle Phase vom 10. bis zum 19. Mai, in der viele Menschen nervös sind, Dinge sehr persönlich nehmen oder sich auch einfach daneben benehmen. Weil ihr ja sehr scharfsinnig seid und auch eine spitze Zunge habt, solltet ihr in dieser Zeit besonders aufpassen, wenn ihr Kritik übt. Auch wenn diese berechtigt ist, müsst ihr mit verletzten Gefühlen rechnen. Am 16. Mai ist Vollmond, im Skorpion mit einer totalen Mondfinsternis. Das bedeutet, dass die emotionalen Wellen rund um dieses Ereignis herum hoch schlagen. Und wenn man während dieser Tage mit jemandem aneinander gerät, kann es drei Monate dauern, ehe eine Versöhnung möglich ist. Für euch persönlich steht die Konstellation harmonisch, aber von solchen Vollmondkonflikten kann die Stimmung am Arbeitsplatz betroffen sein. Wenn ihr selbstbestimmt arbeiten könnt, dürfte euch das weniger betreffen. Allerdings könnten sich die Auswirkungen auch gesundheitlich zeigen. Deshalb gebt rund um den Vollmond auf euch acht und setzt euch keinen Ansteckungsgefahren aus. Anschließend lassen die Spannungen langsam nach. Am 21. Mai frühmorgens geht die Sonne in die Zwillinge und lenkt dann für vier Wochen Energie in eure beruflichen Bestrebungen und Karriereziele. In den kommenden Tagen habt ihr günstige Finanz- und Verhandlungsaspekte. Denkt aber daran, dass der Merkur noch bis zum 3. Juni rückläufig ist. Am besten erst danach etwas unterschreiben. Am 25. Mai geht der Mars in den Widder und bringt für sechs Wochen seine streitbare Energie in eure festen privaten und finanziellen Verbindungen. Das kann große Leidenschaft, auch erotische, in euer Beziehungsleben bringen, aber man bricht dann auch leichter mal einen Streit vom Zaun. Vor allem ums Geld dürft ihr in den nächsten Wochen nicht zanken. Stattdessen solltet ihr vielleicht lieber gemeinsam in etwas investieren, was mit Fortbewegung oder Sport zu tun hat. Zum Glück geht die Venus am 28. Mai für drei Wochen in einen traumhaft schönen und romantischen Aspekt zu euch. Das gleicht die wilde Marsenergie wieder aus. Am 30. Mai ist Neumond in den Zwillingen und der regt euch an über eure Karriere und eure Ziele im Leben nachzudenken, zum Beispiel in einer Neumond-Meditation. Das waren eure Tendenzen im Mai und die Texte zu diesem Beitrag könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Vagegeborenen und Vage-Ascendenten. Für euch beginnt im Mai eine längere Phase der partnerschaftlichen Anregung und Aufregung, wenn Jupiter in den Widder in euer Partnerhaus geht. Das gilt fürs Vage-Kollektiv. Natürlich ist es auch wichtig, dass ihr wisst, wo der Widder-Bereich in eurem persönlichen Geburtshoroskop steht. Falls ihr das noch nicht habt, könnt ihr es jetzt mit 30% Wonnemonat-Rabatt bekommen. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in eure Sterne. Genau zum Tanz in den Mai am 30. April abends haben wir Neumond im Stier mit einer Sonnenfinsternis. Der Neumond lenkt Energie und Aufmerksamkeit in den Bereich eurer festen Beziehungen, wo auch der unruhige Uranus steht. Ihr müsst ein bisschen auf eure Partnerschaft achtgeben, dass ihr euch nicht auseinanderlebt. Beispielsweise, weil ihr jeweils so viel mit eigenen Projekten zu tun habt oder weil ihr aus beruflichen Gründen öfter getrennt seid. Ihr solltet dafür sorgen, dass es in eurer Beziehung lebendig und aufregend bleibt. Vielleicht gibt es auch eine wichtige Verantwortung für eure Kinder, die euch neue Wege einschlagen lässt. Auf jeden Fall solltet ihr euch viel darüber austauschen, wo jeder gerade steht und was ihr gemeinsam neu gestalten könntet. Das kann auch Finanzentscheidungen betreffen, zum Beispiel eine gemeinsame Anschaffung. Falls ihr Finanzpartner habt, sind angesichts der Weltlage auch hier neue Entwicklungen möglich, die ein Umdenken nahelegen. Wichtig zu wissen ist, dass der Mai nicht der einfachste Monat für neue Vorhaben ist, wegen der beiden Finsternisse. Wenn es etwas Wichtiges gibt, versucht es noch bis zum 9. Mai einzutüten, denn danach wird auch noch der Merkur rückläufig. Und dann gilt, nehmt euch besonders viel Zeit, prüft Informationen sorgfältig und lasst euch nicht unter Druck setzen. Vom 2. bis 28. Mai läuft die Venus in euren Partnerschaftsbereich und verspricht den ganzen Monat über viele gesellige Gelegenheiten und Möglichkeiten zu flirten und Leute treffen. Bestimmt kennt ihr viele Stier- oder Schillinge geborene, die euch im Mai zum Geburtstag einladen. Beruflich sind die Tendenzen gemischt. Festangestellte wagen, haben einen guten Lauf. Eure Arbeit wird geschätzt und falls ihr in einem helfenden und heilenden Beruf arbeitet, steht vielleicht sogar eine finanzielle Extra-Ausschüttung an. Bei denjenigen von euch, die Karriereentscheidungen zu treffen haben oder selbstständig arbeiten, kommt es darauf an. Wenn ihr voll hinter dem steht, was ihr macht, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit zu beweisen, was in euch steckt. Wenn ihr aber inhaltliche Zweifel an eurer Ausrichtung habt, seid ihr nun leicht zu verunsichern, wenn andere euch herausfordern. Es könnte auch Probleme wegen eurer Position als Frau oder im Hinblick auf Gleichstellung und Gleichbezahlung von Männern und Frauen geben. Dadurch könnt ihr erkennen, was euch wirklich wichtig ist und was nicht. Bleibt standhaft, dann könnt ihr zum Monatswechsel Mai-Juni bekommen, wofür ihr euch eingesetzt habt. Am 11. Mai geht der mächtige Jupiter in den Widder und bringt dann bis Oktober starke kosmische Energie in euer Partnerhaus. Das ohnehin schon wichtige Thema Begegnung und Beziehungen wird dann noch wichtiger und ihr seht hier neue Chancen und Perspektiven. Vom 10. bis 19. Mai haben wir eine sehr bewegte Phase mit vielen Aufs und Abs und die kann bei euch die festen Partnerschaften und auch neue Begegnungen betreffen. In diese Zeit fällt auch der Vollmond im Skorpion mit der Mondfinsternis, nämlich am 16. Mai. Er aktiviert erneut das Thema eurer verbindlichen Beziehungen und Wertefragen. Viele Menschen sind in dieser Zeit nervös und wenn euer Schatz beispielsweise Stier, Skorpion, Löwe oder Wassermann ist, solltet ihr ihn oder sie mit Samthandschuhen anfassen und Problemgespräche möglichst vermeiden. Ansonsten könnt ihr wahrscheinlich andere jetzt sehr gut beraten und ihnen helfend zur Seite stehen, wenn sie euch brauchen. Aber gebt bitte auf eure eigenen Beziehungen Acht, nicht, dass sich euer Schatz zurückgesetzt fühlt. Wenn ihr euch zu diesem Vollmond streitet, kann der Haussegen hinterher für drei Monate schief hängen. Am 21. Mai frühmorgens geht die Sonne in die Zwillinge und sendet euch für vier Wochen aufbauende und vitalisierende Energien. Die Spannungen lassen nach und auf vielen Ebenen kehrt wieder mehr Harmonie ein. Für euch bleibt es allerdings spannend, denn am 25. Mai geht der Mars in den Widder und trifft sich mit Jupiter in eurem Partnerhaus. Das kann eine verstärkte Neigung zu Auseinandersetzungen und Konflikten in euren Beziehungen anzeigen und da geht es dann immer darum, wer recht hat. Das Beste ist, wenn ihr euch mit euren Partnern einträchtig für die gleiche gute Sache einsetzt, dann könnt ihr diese mächtigen und kämpferischen Kräfte gemeinsam konstruktiv einsetzen. Ansonsten ist für die nächsten Wochen Vorsicht angesagt, damit Streitigkeiten nicht eskalieren. Auch gut, um diese stürmischen Energien zu kanalisieren, sind aktive gemeinsame Unternehmungen wie zum Beispiel Sport, Reisen oder auch Erotik und Leidenschaft. Der Monat klingt aus mit dem Neumond am 30. Mai in den Zwillingen. Der regt euch an, Pläne für die Zukunft zu machen und ist auch gut, um über alles zu reden, was euch beschäftigt. Ab dem dritten Juni ist dann auch der Merkur wieder im Vorwärtsgang und steht günstig zu euch und für eure neuen Projekte. Das waren eure Tendenzen im Mai und die Texte zu diesem Video könnt ihr auch nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt es wie immer für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Der Mai ist vielleicht der wichtigste Monat dieses Jahr für euch, was Partnerschaften und Beziehungsleben angeht. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher möchte ich euch noch auf meine Mai-Aktion aufmerksam machen. Ihr bekommt jetzt das schriftliche Geburtshoroskop als PDF mit 30% Wonne-Monat-Rabatt. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der Mai startet praktisch mit dem Neumond am 30. April abends, der zugleich als partielle Sonnenfinsternis erscheint und sich bei euch im Partnerschaftsbereich abspielt. Tiefgreifende Veränderungen im Beziehungsleben stehen nun an und betreffen besonders die Skorpiongeborenen vom 28. Oktober bis 7. November. Es können Umstände eintreten, auf die ihr keinen Einfluss habt. Plötzliche Begegnungen, neue Chancen, aber auch Planänderungen sind möglich. Nicht nur private Beziehungsthemen, auch geschäftliche Allianzen können in den nächsten zwölf Monaten in den Fokus rücken. Nutzt am besten die Neumond-Meditation am 30. April, um über wichtige Beziehungsangelegenheiten oder gegebenenfalls auch finanzielle Wünsche, die ihr gemeinsam habt, nachzudenken. Dabei geht es auch darum, aus der Vergangenheit zu lernen und Beziehungsmuster zu verändern, um in eine neue Zukunft zu starten. Die Bedürfnisse eurer Partner können dabei ebenfalls eine Rolle spielen. In der Nacht zum 1. Mai verbündet sich der Neumond auch noch mit dem unruhigen Uranus, der schon eine ganze Weile in eurem Beziehungshaus steht. Die kosmischen Einflüsse verheißen in Verbindung mit dem Mondknoten etwas Schicksalhaftes. Vielleicht wird es nötig sein, eine Beziehung oder Verbindung loszulassen, damit neue Menschen euren Seelenweg bereichern und euch weiterbringen können. Es kann auch sinnvoll sein, eure persönlichen Vorstellungen, wie eine Beziehung zu sein hat, zu überdenken und anzupassen. Am 5. Mai treffen sich Sonne und Uranus im Haus eurer Beziehungen. Da sind plötzliche und außergewöhnliche Begegnungen möglich. Ihr müsst jedoch auch wissen, dass neue Partnerschaften, die unter dem Einfluss von Uranus beginnen, egal ob privat oder geschäftlich, nicht immer für die Ewigkeit bestimmt sind. Daher mein Rat, überstürzt am Anfang erstmal nichts und haltet euch an die 90-Tage-Regel drei Monate abwarten, ehe ihr wichtige Entscheidungen mit langfristigen Konsequenzen trefft. Ohnehin gilt jetzt im Mai aufgrund der beiden Finsternisse und rückläufigen Merkur, dass man mit ganz neuen Projekten oder auch Beziehungen vorsichtig sein und alles Neue besonders sorgfältig prüfen sollte. Am 2. Mai läuft die Venus in den Widder und damit in euer Haus der Arbeit und des Alltags. Und am 11. Mai betritt der mächtige Jupiter ebenfalls diesen Bereich und bringt bis Oktober positive Impulse für euer Arbeitsumfeld und die Gesundheit. Beruflich halten die Sterne im Mai inspirierende Begegnungen und spannende Projekte bereit. Aber weil der Merkur vom 10. Mai bis 2. Juni rückläufig ist, stellt euch darauf ein, dass es auch so einige Hindernisse auf der Arbeit und mit Geschäftspartnern geben kann. Vielleicht kommt ein Deal doch nicht zustande, weil wichtige Informationen noch fehlen oder man hat unterschiedliche Vorstellungen von einem Projekt. Plant daher für eure Vorhaben einfach ein bisschen mehr Zeit ein, da es sein kann, dass Absprachen und Vereinbarungen nicht so funktionieren wie gedacht. Am 16. Mai haben wir den Vollmond im Skorpion, der gleichzeitig auch eine totale Mondfinsternis bildet. Das ist der wichtigste Vollmond des ganzen Jahres für euch. Er fällt auf eure Beziehungsachse und aktiviert erneut die Partnerschaftsthemen dieses Monats. Auch diese Konstellation lohnt sich für ein intensives Ritual zum Thema Liebe und Partnerschaft. Wenn ihr über den Wunschpartner meditiert, lasst dabei Raum für Überraschungen und ungewöhnliche Menschen, die vielleicht gar nicht in euer Beuteschema passen. Vieles wird sich anders entwickeln, als ihr gedacht hattet, aber es kann sich lohnen, wenn ihr euch darauf einlasst. Seid in der Zeit vom 11. bis 19. Mai auch besonders achtsam mit euch selbst und anderen, denn rund um den Vollmond sind viele sehr nervös. Falls es zu einem Konflikt kommt, kann es bis zu drei Monate dauern, ehe eine Versöhnung möglich ist. Am 25. Mai wandert der Mars in den Widder und betritt ebenfalls euer Haus des Arbeitsalltags und der Gesundheit, wo auch Jupiter steht. Ihr traut euch für die nächsten Wochen im Alltag viel zu und solltet euch ruhig anstrengende Projekte vornehmen. Grundsätzlich habt ihr nun eine sehr ehrgeizige Phase vor euch. Gleichzeitig läuft ab dem 28. Mai die Venus für drei Wochen durch euer Partnerhaus. Deshalb vergesst nicht, auch mal abzuschalten, eine Pause einzulegen und Zeit mit euren Liebsten zu genießen. Am 30. Mai findet der Neumond in den Zwillingen statt und aktiviert den Bereich der Werte und Verbindlichkeiten. Kurz darauf, am 3. Juni, geht Merkur auch wieder in den Vorwärtsgang. Das ist dann eine gute Zeit für neue Projekte oder auch um wichtige Vorhaben von Anfang Mai fortzusetzen. Das waren eure Tendenzen im Mai und ihr könnt die Texte zu diesem Beitrag auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Freut euch auf ein schönes Liebeshighlight im Mai. Bevor wir in eure Konstellationen einsteigen, habe ich hier noch einen Tipp für euch. Es gibt jetzt das schriftliche Geburtshoroskop als PDF mit 30% Wonnemonatsrabatt. Wenn ihr es noch nicht habt oder verschenken wollt, ist das jetzt die Gelegenheit, euch eins zu holen. Die Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Der Mai wird eingeläutet vom Neumond im Stier mit Sonnenfinsternis am 30. April, genau zum Tanz in den Mai. Einige von euch werden wahrscheinlich über den Feiertag arbeiten. Jedenfalls sieht euer Horoskop sehr busy aus. Vielleicht werdet ihr gefragt, ob ihr eine Extraschicht einlegen könnt, was sich finanziell lohnen würde. Generell lenkt der Neumond Energie in euren beruflichen und auch gesundheitlichen Alltag. Gibt es da Neuerungen und Veränderungen? Dann könnt ihr darüber nachdenken, wie ihr damit umgehen wollt. Wie ich schon zu Beginn dieses Videos gesagt habe, ist der Mai wegen der beiden Finsternisse nicht der einfachste Monat, um ganz neue Unternehmungen zu beginnen. Wenn ihr etwas starten wollt, dann am besten noch vor dem 10. Mai, denn danach wird der Merkur rückläufig. Aber das wird euch wahrscheinlich alles gar nicht stören, denn vom 2. Mai bis 28. Mai läuft die Venus durch den Widder und steht super günstig für euch. Sie weckt die Frühlingsgefühle, bringt Chancen auf ein neues Liebesabenteuer und bei den Festliierten steigt die Lust auf Erotik und Zärtlichkeit. Wenn es in eurer festen Partnerschaft kriselt, lässt sich das allerdings im Mai nicht mehr unter den Teppich kehren, besonders für die Geborenen der ersten Dekade. Da müsst ihr dann Farbe bekennen und euch fair mit eurem Schatz auseinandersetzen. Der Mars bildet anfangs noch stressige Aspekte in eurem Heim und so mancher Schützegeborene ist jetzt froh, wenn er den Arbeitsplatz aufsuchen kann, um der Spannung zu Hause zu entgehen. Denn beruflich sieht es nach guten Erfolgen und interessanten Herausforderungen aus, die euch Spaß machen. Allerdings kann es passieren, dass ihr um den 10. Mai herum ein Problem bemerkt und dann müsst ihr das kommunizieren und den allgemeinen Höhenflug stoppen, was natürlich eine heikle Aufgabe ist. Insgesamt haben wir vom 10. bis zum 19. Mai eine etwas schwierige Phase mit vielen Aufs und Abs. In dieser Zeit sind viele Leute nervös und reagieren möglicherweise empfindlich auf die offene und manchmal provokante Art der Schützegeborenen. Andererseits kann gerade von euch viel Optimismus und Hoffnung ausgehen, weil euer Herrscher Jupiter am 11. Mai in den Widder geht und dann bis Oktober sehr günstig für euch steht. Er aktiviert eure Lebensfreude und die Lust auf Abenteuer, sportliche Aktivitäten und auch heiße Liebesaffären. Wenn ihr Kinder habt, werden sie euch in den nächsten Monaten viel Freude machen, zum Beispiel durch musische, künstlerische oder sportliche Erfolge. Jetzt im Mai müsst ihr verstärkt schauen, wie die Menschen in eurem Umfeld so drauf sind. Denn am 16. Mai haben wir Vollmond im Skorpion mit einer Mondfinsternis und die wirkt auf viele emotional sehr aufwühlend. Wenn ihr mit jemandem aus den Zeichen Stier, Löwe, Skorpion oder Wassermann liiert seid, steht euer Schatz möglicherweise ziemlich unter Strom. Dann wäre eure Aufgabe, ihn oder sie auf andere Gedanken zu bringen und mit schönen und lustvollen Aktivitäten abzulenken. Einige von euch Schützen werden zwischen dem 10. und 20. Mai wohl auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, besonders die Geborenen der dritten Dekade. Ihr solltet gut auf euch achtgeben und euch keinen Ansteckungsgefahren aussetzen. Und seid bitte auch vorsichtig, wenn ihr Tabletten nehmt oder Alkohol trinkt. Substanzen wirken nämlich im Mai stärker oder anders als sonst. Ebenfalls in diesen Tagen verbindet sich die Venus mit heiler Planet Chiron im guten Aspekt zu euch. Das verspricht Erfolge für alle Schützen, die therapeutisch tätig sind. Möglich ist auch, dass ihr eine neue Affäre beginnt, die einen heilsamen Einfluss auf euch hat. Bis zum 21. Mai lassen die allgemeinen Spannungen wieder nach und die Sonne geht dann in die Zwillinge und aktiviert für vier Wochen euer Partnerhaus. Das ist schön für Begegnungen und Geselligkeit. Am 25. Mai geht auch der Mars in den Widder und dann bekommt ihr für sechs Wochen einen Power-Schub. In der Zeit erholt ihr euch auch schnell von eventuellen Gesundheitsproblemen. Nehmt euch ruhig auch anstrengende Sachen vor oder sportliche Ziele, die könnt ihr in der Zeit gut erreichen. Auch für den beruflichen Wettbewerb gibt das ordentlich Power. Ihr habt dann insgesamt eine stabile und erfolgreiche Phase bis Mitte Juni. Am 28. Mai geht die Venus in den Stier und in den kommenden drei Wochen können die Singles unter euch neue Leute besonders gut im Jobumfeld kennenlernen. Der Monat klingt aus mit einem Neumond am 30. Mai in den Zwillingen in eurem Partnerhaus. Er eignet sich deshalb sehr schön für eine Meditation oder ein Ritual zu Partnerschaftsthemen und wenn ihr Single seid, wie euer Wunschpartner aussehen soll. Ab dem 3. Juni ist auch Merkur wieder direktläufig. Er läuft dann ab dem 13. Juni erneut durch euer Partnerhaus. Deshalb setzt sich die gute Liebes- und Begegnungsphase für euch im Juni weiter fort. Das waren eure Tendenzen im Mai und ihr könnt sie auch noch mal nachlesen. Die Texte zu diesem Video gibt es als PDF-Dossier auf meiner Homepage für kleines Geld zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten! Ein lebhafter Monat erwartet euch. Ihr seid sehr inspiriert, müsst aber auch viel Verantwortung übernehmen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp. Das schriftliche Geburtshoroskop als PDF gibt's jetzt mit 30% Wonnemonat-Rabatt. Falls ihr es noch nicht habt oder verschenken wollt, ist das eine günstige Gelegenheit. Mehr Infos findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung. Wir starten den Blick in eure Sterne mit dem Neumond im Stier am 30. April. Der ist zugleich auch eine Sonnenfinsternis und aktiviert bei euch den Bereich der Lebensfreude und der Herzensprojekte. Den Singles unter euch kann er auch eine heiße neue Affäre bescheren. Und wenn ihr fest liiert seid, könnt ihr mehr Lust, Liebe und Leidenschaft mit eurem Schatz erleben. Wenn ihr nicht gerade in den Mai tanzt, solltet ihr in eurer Neumond-Meditation darüber nachdenken, was euer Leben reicher und vitaler macht. Falls ihr Kreativprojekte verwirklichen wollt, seid ihr sehr inspiriert. Versucht dabei den Augenblick zu genießen und im Hier und Jetzt zu sein. Denn der Mai ist aufgrund der beiden Finsternisse und Mercos Rückläufigkeit nicht der einfachste Monat, um längerfristige neue Projekte zu beginnen. Beziehungsweise ihr müsst dann damit rechnen, dass sich die Umstände nochmal ändern oder Menschen sich als unberechenbar erweisen. Beruflich habt ihr durchaus starke und produktive Tendenzen. Vor allen Sachen, die bereits laufen oder die ihr schon zu Beginn des Jahres eingefädelt hattet, können sich jetzt als lukrativ und erfolgreich erweisen. Wenn ihr Verträge unterschreiben oder wichtige Anschaffungen tätigen müsst, dann sind dafür die ersten neun Tage des Monats immer noch am besten. Danach kann euch der rückläufige Merkur durchaus zu schaffen machen. Vielleicht verwechselt ihr Arzttermine oder es gibt Missverständnisse bei Absprachen im Büro. Im Idealfall könnt ihr wichtige Abschlüsse bis zum 3. Juni hinaus zögern, wenn der Merkur wieder direktläufig und die Finsternisphase vorbei ist. Auch finanziell solltet ihr Vorsicht walten lassen. Ihr habt große Ideen, aber ihr solltet euch dafür nicht gleich finanziell festlegen oder gar verschulden. Saturn in eurem Finanzhaus mahnt zu einer konservativen Haltung. Auch teure Hobbys oder der Wunsch, jemanden, den ihr neu kennengelernt habt, mit Geschenken zu beeindrucken, können jetzt Löcher in die Kasse reißen. Schon angesichts der Weltlage solltet ihr finanziell auf Nummer sicher gehen. Familienthemen werden im Mai offenbar sehr wichtig. Vom 2. bis 28. Mai läuft die Venus durch den privaten Bereich eures Horoskops. Das verspricht ein freundliches und engagiertes Zusammensein mit Familienmitgliedern oder Mitbewohnern. Eventuell müsst ihr schauen, dass die Aufgaben in eurem Heim gerecht verteilt werden, damit nicht alles an euch hängen bleibt. Das ist wichtig, denn gleichzeitig scheint es bedeutende Herzensprojekte zu geben, die ihr verfolgen wollt und dafür braucht ihr auch ein bisschen Freiraum. Besonders die Steinböcke der zweiten Dekade haben viele Eingebungen. Haltet deshalb euer Notizbuch oder Smartphone immer bereit, um sie zu notieren. Allerdings bildet gleichzeitig Chiron im Familienbereich schwierige Aspekte und so könnte es sein, dass ein Familienmitglied erkrankt ist oder ihr aus anderen Gründen plötzlich alles stehen und liegen lassen müsst, weil bei euch zu Hause etwas anliegt, um das ihr euch kümmern müsst. Damit solltet ihr rechnen und zwar besonders in der Zeit vom 10. bis 19. Mai. Da haben wir starke kosmische Energiewellen, die viele Menschen nervös machen. Eine große Veränderung ist der Eintritt von Jupiter in den Widder am 11. Mai. Der Expansionsplanet bringt euch dann bis Oktober neue Perspektiven und Wünsche. Zum Beispiel in eurem privaten oder familiären Bereich Dinge zu verbessern und zu erweitern, sei es durch einen Umzug in ein größeres, schöneres Heim, Familienzuwachs oder auch mehr Verantwortung. Das wird oft sehr erfreulich sein, ist aber auch mit Anstrengungen und Stress verbunden. Wichtig ist, dass ihr mit allen Beteiligten an einem Strang zieht und Entscheidungen nicht im Alleingang trefft. Aber überstürzt im Mai erstmal nichts, vor allem nicht um die Monatsmitte. Am 16. Mai ist Vollmond im Skorpion mit einer Mondfinsternis und für euch steht er günstig und inspirierend. Doch es ist nicht sicher, ob ihr euren Ideen nachgehen könnt oder durch familiäre oder finanzielle Verpflichtungen davon abgehalten werdet. Lasst es darüber nicht zum Streit kommen, denn wenn Gefühle verletzt werden, kann der Haussegen anschließend für drei Monate schief hängen. Ab dem 21. Mai beruhigen sich viele Spannungen wieder und die Sonne geht in die Zwillinge. Sie aktiviert für die nächsten vier Wochen Themen rund um euren Arbeitsalltag und Gesundheitsfragen. Am 25. Mai geht der Mars in den Widder und verstärkt für die nächsten sechs Wochen eure Handlungsimpulse im privaten Bereich. Allerdings auch die Gefahr, dass es darüber zu Auseinandersetzungen kommt. In den letzten Mai-Tagen seid ihr euch mit eurem Schatz nicht immer einig, aber ihr solltet auch nicht versuchen, euch um jeden Preis durchzusetzen. Hilfe kommt von der Venus, die ab 28. Mai für drei Wochen optimal für euch steht. Da lässt sich dann vieles trotz stressiger Marsaspekte regeln, zum Beispiel auch durch eine leidenschaftliche Versöhnung im Bett. Der Monat klingt aus mit dem Neumond in den Zwillingen. Er bietet sich an für einen Neuanfang im Bereich eurer Gesundheit oder eures Arbeitsalltags. Und weil am 3. Juni der Merkur wieder direktläufig wird, könnt ihr das dann auch gleich in Angriff nehmen. Das waren eure Tendenzen im Mai und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das Dossier mit den Texten dieses Beitrags gibt es als PDF auf meiner Homepage für kleines Geld zum Download. Alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr fabelhaften Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten! Alles neu macht der Mai. Für euch trifft das wohl tatsächlich zu. Vor allem im privaten und heimischen Bereich ist so einiges los. Mehr dazu gleich. Vorher möchte ich euch noch das Geburtstags-Zoroskop als PDF ans Herz legen. Im Mai gibt es das nämlich mit 30% Wonne-Monat-Rabatt. Falls ihr es selbst noch nicht habt oder verschenken wollt, habt ihr jetzt eine gute Gelegenheit dazu. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der Mai wird eingeläutet vom Neumond im Stier am 30. April, der zugleich auch eine Sonnenfinsternis ist. Bei euch spielt sich das im heimischen, familiären Bereich des Horoskops ab und könnte Neuerungen ankündigen, die vielleicht längst überfällig sind. Viele Wassermann-Geborene sind bereits von diversen Umwälzungen betroffen, die schon einige Zeit im Gange sind. Einen Höhepunkt könnten dieses Jahr die Tage um den 5. Mai darstellen, wenn die Sonne eine enge Allianz mit Revoluzza-Planet Uranus eingeht. Das verstärkt nochmal die Themen, die ich bereits in meinem Jahreshoroskop für 2022 beschrieben habe, nämlich, dass ihr euch zwischen persönlichem Freiheitswunsch und familiären Verpflichtungen hin und her gerissen fühlt. Uranus bringt unerwartete Umstände und Veränderungen im häuslichen Bereich, wo ihr euch mit anderen Menschen, Familienmitgliedern, Nachbarn, Kindern, Mitbewohnern, Vermietern oder auch Handwerkern arrangieren müsst. Das kann euch stressen und Nerven kosten, wenn ihr einfach nur eure Ruhe haben wollt. Versucht locker zu bleiben und Entscheidungen nicht ohne unter Druck oder aus Frust zu treffen, denn die Tage vom 30. April bis zum 16. Mai werden von zwei Finsternissen eingerahmt. In der Zeit sollten wir keine wichtigen Vorhaben beginnen oder Entscheidungen treffen, die langfristige Konsequenzen haben können. Vom 2. bis 28. Mai wandert Venus durch den Widder und bringt euch gute Zeiten für Liebe, Flirt und geselligen Austausch. Nutzt diese Zeit auch für Aussprachen, um bisher Ungesagtes auf den Tisch zu bringen und anzusprechen, wo der Schuh drückt. Jetzt ist die Zeit, Herausforderungen klar und deutlich, aber dennoch höflich und respektvoll offenzulegen. Unterstützung kommt dabei von Botschafter Merkur, der sich bis zum 23. Mai in den luftigen Zwillingen aufhält und wohlwollende Aspekte sendet. Vom 10. Mai bis zum 13. Juni ist er jedoch wieder mal rückläufig und beleuchtet dann für den Rest des Monats nochmal Themen, die euer Heim- und Privatsphäre betreffen. Habt ihr auch alle Mietverträge, Versicherungen oder Aufträge für Renovierungen richtig durchgelesen und geprüft? Oder gibt es noch ein Familienmitglied, mit dem etwas geklärt werden muss? Das könnte wichtig werden. Der Vollmond am 16. Mai im Skorpion ist auch gleichzeitig eine totale Mondfinsternis. Er aktiviert euer 10. Haus und damit den Bereich der Karriere und gesellschaftlichen Stellung. Ihr habt ja sowieso dieses Jahr wahnsinnig viel zu tun, aber dieser Vollmond könnte nochmal wie ein Katalysator auf eure Berufung bzw. Persönlichkeitsachse wirken. Veränderungen, die nun auf der Arbeit passieren, zum Beispiel durch einen Jobwechsel oder ein lukratives Angebot, können auch Unruhe in euren privaten Bereich bringen, sodass ihr erstmal weniger Zeit für eure Liebsten habt. Beruflich solltet ihr rund um diesen Vollmond auf ein gutes Auskommen achten, denn Unstimmigkeiten, die jetzt auftreten, können noch für die nächsten drei Monate nachwirken. Am 11. Mai betritt Jupiter den Widder und vergrößert bis Oktober euer Netzwerk und eure Verhandlungsstärke. Freut euch auf Kontaktmöglichkeiten, die euch auch beruflich nützen. Der Kosmos wirft jetzt einen Scheinwerfer auf die Bühne des Selbstmarketings und ihr habt gute Chancen, selbstbewusster zu werden und eure Beliebtheit steigt. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr vor lauter Arbeit die vielen schönen Veranstaltungen und Einladungen nicht verpasst, die jetzt auf euch warten. Auch wenn die Sonne am 21. Mai in die Zwillinge geht, wird euch das beim Flirten und im geselligen Austausch in den nächsten vier Wochen weiter Auftrieb geben. Ab dem 25. Mai geht der Mars in den Widder und trifft sich dort am 29. Mai mit Jupiter. Für die Singles unter euch eröffnet das enorme Flirtchancen. Vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, in die Rolle des Eroberers zu schlüpfen. Grundsätzlich ist das eine schöne Zeit für Liebesgeflüster und Austausch heißer Nachrichten, sodass ihr euch wahrscheinlich vor einem Ansturm an Anrufen und Mails kaum retten könnt. Für die Festliierten unter euch können erotische Gespräche die Stimmung anheizen. Denkt daran, dass Merkur immer noch rückläufig ist. Vielleicht erreichen euch einige Nachrichten eures Schwarms nicht oder es kommen nur die zu euch durch, von denen ihr gar nichts wollt. Das kann euch aber ziemlich egal sein, denn aussortiert wird später. Mit dem Neumond in den Zwillingen am 30. Mai klingt der Monat für euch kreativ und inspirierend aus und ihr könnt in Ruhe überlegen, welche der neuen Kontakte ihr mit in den Juni nehmen wollt. Dann geht Merkur auch wieder in den Vorwärtsgang und sorgt für Klarheit beim Flirten. Das waren eure Tendenzen im Mai und ihr könnt die Texte zu diesem Beitrag auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatsroskop gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Im Mai werdet ihr von viel kosmischer Energie vorangetragen. Die verlagert sich nun mehr und mehr in den Finanz- und Wertebereich eures Horoskops. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp zu meiner aktuellen Mai-Aktion. Ihr bekommt jetzt 30% Wonnemonat-Rabatt auf das schriftliche Geburtshoroskop als PDF. Nähere Infos dazu gibt es hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Wollt ihr in den Mai tanzen? An Flirtmöglichkeiten und Einladungen dürfte es nicht mangeln. Am Abend des 30. April haben wir den Neumond mit der Sonnenfinsternis im Stier, der sehr anregend und inspirierend für euch steht. Eure geistigen Kräfte sind geweckt und ihr könnt zum Beispiel ein schönes Ritual durchführen, um eure gedankliche Energie auf wichtige Projekte zu lenken. Auch wenn der Mai selbst aufgrund der beiden Finsternisse und Merkurs Rückläufigkeit nicht der einfachste Monat ist, um eine neue Unternehmung zu beginnen, Ideen und Anregungen sammeln dürfte euch leicht fallen. Ihr fühlt euch aktiv und kommt auch beruflich gut voran. Wahrscheinlich kommen auch lukrative Angebote herein. Wenn es kurzfristige Jobs sind, könnt ihr die spontan annehmen, aber alle Entscheidungen, die längerfristige Folgen haben, solltet ihr sorgfältig abwägen. Wichtige Verträge am besten noch bis zum 9. Mai abschließen, danach wird der Merkur rückläufig bis zum 3. Juni. Ansonsten greift auf Strukturen und Leute zurück, die gut eingespielt sind. Da kann nicht so viel schief gehen. Am 2. Mai verlässt die Venus euer Zeichen und läuft bis zum 28. durch den Widder. Das ist euer kosmisches Geldhaus und da geht es um euer Selbstwertgefühl und auch die Finanzen. Und dort steht auch Chiron. Darüber habe ich auch im Jahrbuch ausführlich geschrieben. Für euch Fischegeborene ist es wichtig, dass ihr euch finanziell gut aufstellt und eure gute Arbeit angemessen bezahlen lasst. Bei manchen von euch geht es auch darum, ob andere euch genug Wertschätzung entgegenbringen. Das können auch Familienmitglieder sein. Diese Themen können euch im Mai bewegen und begegnen und vielleicht auch in Verhandlungen. Denkt darüber sorgfältig nach und prüft alle eure Optionen. Unterschreiben und euch festlegen solltet ihr möglichst noch vor dem 10. Mai oder sonst wieder ab dem 3. Juni. Das gilt besonders, falls ihr auf Wohnungssuche seid. Wenn ihr während der Rückläufigkeit Merkurs Wichtiges unterzeichnen müsst, dann prüft besonders sorgfältig, ob beispielsweise im Mietvertrag zusätzliche Kosten oder irgendwelche Nachteile versteckt sind. In der Liebe dürftet ihr weiterhin viel Zuspruch und Aufmerksamkeit erhalten. Und auch dabei geht es wohl öfter um die gemeinsamen Finanzen und die gegenseitige Wertschätzung. Ihr versteht es, euch auf charmante, aber bestimmte Weise einzubringen. Und wenn ihr mit Argumenten nicht weiterkommt, versucht es mal mit Leidenschaft und Erotik. Darin seid ihr einfach unwiderstehlich. Wo wir schon drüber reden, für manche von euch, besonders die Geborenen der ersten Dekade, kann der Mai eine heiße Affäre bringen. Dadurch könnt ihr euch selbst auf eine ganz neue Art kennenlernen und falls ihr künstlerisch arbeitet, kann euch das außerordentlich inspirieren. Aber passt ein bisschen auf, dass ihr im Zusammenhang mit einer Liebelei oder auch für Hobbys und Herzensprojekte nicht zu viel Geld ausgebt. Auch bei gewagten Investitionen, die ihr aus persönlichen Gründen tätigt, ist Vorsicht geboten. Das gilt besonders in der zweiten Monatshälfte und hier am stärksten in den letzten fünf Tagen des Monats. Am 11. Mai geht der expansive Jupiter in euer Geldhaus und bleibt dort erstmal bis Oktober. Das kann euch durchaus dazu verleiten, eure finanziellen Mittel zu überschätzen oder zu großzügig Geld für andere auszugeben. Vor allem direkt Mitte Mai müsst ihr vorsichtig sein. Aber auf die Dauer wird euch Jupiter bestimmt auch zusätzliche Einnahmen bescheren und Geldquellen erschließen. Ihr seid wahrscheinlich sehr geschickt darin, die momentane Kostensteigerung irgendwie auszugleichen, zum Beispiel durch einen kreativen und lukrativen Nebenjob. Am 16. Mai ist Vollmond im Skorpion mit einer Mondfinsternis. Der regt eure Ideen und auch Kontaktmöglichkeiten ganz enorm an. Während viele andere nervös am Rad drehen, seid ihr wahrscheinlich ganz entspannt und deshalb wirkt ihr ausgesprochen attraktiv. Passt nur auf, dass ihr nicht in eine Affäre oder soziale Kreise hineingezogen werdet, die sich nachher als kompliziert erweisen. Es könnte dann für die nächsten drei Monate schwierig werden, sich da wieder herauszulösen. Wenn die Sonne am 21. Mai frühmorgens in die Zwillinge geht, aktiviert sie für vier Wochen euren privaten Bereich, sei es familiär oder was die Wohnsituation angeht. Hier könnte sich bald was tun, denn dort spielt sich auch der Neumond am 30. Mai ab. Er kann euch zum Beispiel eine neue Wohnung bescheren oder auch in der Familie Dinge in Gang bringen. Vorher geht aber am 25. Mai noch der Mars in den Widder und aktiviert zusätzlich den kosmischen Finanzbereich. Die nächsten sechs Wochen sind ideal, um mögliche Außenstände einzutreiben. Umgekehrt solltet ihr in dieser Zeit auch euren eigenen Finanzverpflichtungen nachkommen, falls noch nicht geschehen. Vom 28. Mai bis 22. Juni steht die Venus wunderbar für eure Finanzen, aber auch für die Liebe. Und wenn der Merkur am 3. Juni wieder direktläufig wird, gibt es grünes Licht für alle wichtigen neuen Projekte. Das waren eure Sterne im Mai und die Texte zu diesem Video könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das Dossier zum Monatshoroskop als PDF findet ihr auf meiner Homepage für kleines Geld zum Download. Alles Gute mit den Sternen! Zum Schluss ist hier wie immer der Serviceteil mit meinen Terminen, Tipps und mit der Verlosung. In den nächsten Tagen werde ich anlässlich Jupiters Eintritt in den Widder ein neues Video mit Christoph Niederwiese aufzeichnen. Die Wahrheit über Jupiter. Ist der Glücksplanet in Wirklichkeit ein Kriegstreiber? Schockierende und interessante Einsichten über den Giganten unseres Sonnensystems erwarten euch. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann könnt ihr euch benachrichtigen lassen, wann dieses Video online geht. Meine schriftlichen Horoskope und Beratungen findet ihr auf meiner Homepage. In diesen Horoskopen erfahrt ihr, welche kosmischen Einflüsse nicht nur auf euer Sternzeichen, also auf eure Sonne wirken, sondern auch auf die anderen Planeten eures Horoskops. Und ein besonders beliebtes Produkt erhaltet ihr diesen Monat mit 30 Prozent Wonnemonatsrabatt, nämlich das schriftliche Geburtshoroskop als PDF. Das ist ganz wichtig, damit ihr identifizieren könnt, wo in eurem Horoskop die Bereiche Witter und Stier stehen, wo sich jetzt so viele kosmische Energien konzentrieren. Der Gutscheincode ist Wonnemonat22 und die Aktion geht noch bis zum 20. Mai. Mit etwas Glück könnt ihr auch ein schriftliches Geburtshoroskop als PDF in der Verlosung gewinnen. Und so nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Abonniert bitte meinen Kanal, falls noch nicht geschehen, und postet mir hier, wie ihr die Zeit mit den Finsternissen erlebt und welche wichtigen Veränderungen sich in eurem Leben zeigen. Schreibt mir bitte euer Sternzeichen dazu, damit ich etwas davon lernen kann. Wer gewonnen hat, das gebe ich im Video für den Juni bekannt. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Zum Schluss möchte ich euch noch mein Special über Lilith im Krebs ans Herz legen und außerdem den Talk mit Ray Merriman, in dem wir finanzielle und politische Entwicklungen der nächsten Wochen ansprechen. Das Video ist englisch, hat aber deutsche Untertitel. Alles Gute mit den Sternen!